Yeah! Eigentlich ist in Till Reiners Leben alles in Ordnung. Bis jetzt! Hast du ein Auto? Lass sie in Ruhe! Was hast du kleiner Bitter zu mir gesagt? Ich hab'n Auto. Habt ihr den Hinterausgang? Ja. Wo? Hinten. Die Geisel befindet sich in der Gewalt eines unbekannten Täners. Er ist auf der Flur. Ich finde das, wenn er mich einfach gehen lässt. Du hältst jetzt deine Fresse. Alles klar! Doch mit so ner Geisel läuft einfach nichts nach Plan. Jetzt geh rüber! Was denn? Mein Fuß. Mein Fuß steckt gleich in deinem Arsch. Jetzt mach das Ding auf. Warte, mach! Ich muss wieder auf der Stange! Du hast gesagt 15. Das war netto, Junge. Der Vertrag ist gar nicht gültig. Was hat denn der Zivilista zu Kamellen? Also ein Händler sollte im Vergleich zu einem Privatverkäufer eine Mindestgewährleistung von einem Jahr garantieren. Und die steht gar nicht drin. Insofern ist der Vertrag gar nicht gültig. Juristischer sehen. Mando! Wir haben ja grad ne schwierige Phase. Es kommt vor an der Hirnbeziehung. Wann hat er denn das letzte Mal gelacht? Was ist denn das? Ich bin total scheiße. Und? Ich händ dir ne Sache für dich. Aber dafür brauchen wir ne Zivilisten. Diese zwei erledigen jetzt dieses Geschäft und lassen wir wieder mal ein bisschen die Puppe tanzen. Ich kann nicht glauben, dass sie sich nicht mehr lebt. Haben sich nicht gesucht. Aber gefunden. Ich will das mal ne Fahrradrufer! Pass auf. Ich hab nicht viel Zeit. Du hast sicher mitbekommen, dass ich in der Gewalt ver... Ich merke mich bei dir, wenn man danach ist. Aber das geht nicht. Doch, das geht sehr wohl. Ich brauche jetzt auch erstmal Zeit für mich. Das ist ja noch ne viel andere Sau als ich gedacht hab, Mann. Sie macht da gerade so ein Projekt ablaufen. Haha! Ich sag dir was das für ein Projekt ist, Mann. Ein Fickprojekt. Ja, haltet jetzt die Fresse, Beine! Wir fahren jetzt nach Holland. Holland ist scheiße! Es ist wie Osten! Nur Westen! Mann! Alles klar?